Beim Laufen kann ich komplett aufschalten. So gut verstehen wir, da gehen ich rund um und lassen mich nicht von meinem Weh aufbringen. Und meine Arbeit sind ehrgeizig und holen alle Challenges an. Ich schaue immer nur viel, weil ich weiß, dass ich mich alle darüber in neue Erfahrungen freue. Bis zum nächsten Mal.